Placebo. Ich will dir gefallen. Und du gefällst mir. Placebo heißt ja tatsächlich, ich will dir gefallen. Griechisches Wort, griechischer Ausdruck. Wieso willst du mir gefallen? Ich will dir gefallen als Tablette, die eine besondere Form und die eine besondere Farbe hat, weil du denkst, in der Tablette ist eine Kraft drin, die dir zugutekommt. Eine besondere Kraft, damit du diesen Berg besteigen kannst. Damit du diese Arbeit machen kannst. Damit du frei wirst von deinen Kopfschmerzen. Damit du besser schlafen kannst. Und wir könnten das vielseitig fortführen. Placebo-Effekte sind, die Forschung bestätigt es, überall vorhanden. In jedem Medikament, in jedem Stoff, mit dem wir tatsächlich arbeiten können, in starker Hinsicht. Zu 30, 40 Prozent. Wenn wir die Forschungslage versuchen zu überschauen, dann werden wir sehen, es wird bestätigt, zu 30, 40 Prozent haben wir auf jeden Fall einen Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt zieht sich ja überall durch. Nicht nur bei den Medikamenten, nicht nur bei den Stoffen, nicht nur bei der Nahrung. Sondern er ist auch vorhanden im Partner. Er ist vorhanden in der Begegnung mit anderen Menschen. Er ist da vorhanden, wo du etwas in deiner Realität wahrnimmst und dich mit den Dingen auseinandersetzt. Überall sind Placebo-Effekte. Wir könnten also fast daraus schließen, die Welt will uns gefallen. Die Welt will uns eigentlich immer wieder gefallen. Die Welt kann uns zugutekommen. Und damit sind wir an der Stelle, wo wir sagen, all das, was ich wahrnehme, kann ich aufnehmen und es kommt mir zugute, mir ganz persönlich. Es führt zu einem Ausgleich, zu einer Möglichkeit, die ich vorher noch gar nicht betrachtet habe und gar nicht beachtet habe. Placebo-Effekte, wichtige Grundlagen der Wirkung und der Wirkungsmöglichkeit. Und wie wir etwas betrachten und wie wir etwas wirken lassen, das hängt dann letztendlich an uns oder das hängt auch sehr von uns ab. Es hängt auch von uns ab, wie wir etwas betrachten und wie etwas auf uns wirkt. Wenn ich eine Überzeugung habe, wenn ich eine bestimmte Überzeugung habe, dann führt das zu einem Placebo-Effekt, zu dem Effekt, ich will dir gefallen. Ich kann dir gefallen. Und dann nehme ich das und sage, okay, das ist eine Möglichkeit, das kann ich tatsächlich tun. Und dann gibt es den berühmten Arzt, dem ich sehr vertraue, über den das natürlich transportiert wird. Und der verschreibt mir, wir kennen das aus der Homöopathie, so ein paar Globuli und ich würde gerne wissen, was das denn für Globulis sind, weil ich bin neugieriger Mensch und ich gehe dann gleich ins Internet und informiere mich, was sagt denn die Pulsatilla oder der Sulfur und all das in der Homöopathie, aber das tut er nicht. Er gibt mir diese Globuli im Vertrauen und ich nehme diese Globuli im Vertrauen. Er hat sie besonders ausgesucht, hat sich Mühe gemacht. Wir haben das jetzt auch in der Impfforschung, zum Beispiel ganz aktuell in der Corona-Pandemie, wo Impfstoffe erforscht werden, dann hat man Gruppen von Leuten, die jetzt wirklich Impfstoffe nehmen und auf der anderen Seite Menschen, die nur ein Placebo einnehmen. Und die Placebo-Forschung ist etwas Grundlegendes in der Wissenschaft da, mit eben der biologischen und medizinischen Forschung. Placebo-Effekte, ganz wichtige Grundlagen. Ohne Placebo hätten wir gar nicht die Wirksamkeit, also auch einen Stoff, der wirklich wirkt. Und wie gesagt, die Untersuchung geht ja dann Placebo-Gruppen und nicht Placebo-Gruppen, sondern reeller Stoff immer wieder hin und her. Aber wir wissen daraus, aus dieser Forschung, dass alles praktisch einen Placebo, einen Ich-will-dir-gefallen-Effekt hat. Alles will dir eigentlich gefallen oder alles kann dir gefallen. Oder du kannst die Haltung annehmen, oh, das kann mir auch gefallen, das kann mir zugutekommen. Die Homöopathie ist ein gutes Beispiel, dass auf jeden Fall mindestens eine Placebo-Wirkung vorhanden ist. Ich möchte mich jetzt nicht darüber auslassen, ob Homöopathie etwas ist oder nicht, ob etwas dran ist oder nicht. Ich bin eigentlich eher überzeugt von meiner Erfahrung her, da ist was dran. Wie aber, das wissen wir nicht genau. Und das geht sicherlich auch über einen möglichen Placebo-Effekt hinaus. Also es ist die Einstellung, die uns natürlich von der Psyche, von der Seele des Menschen immer wieder interessiert. Meine Einstellung, meine Überzeugung, letztendlich mein Glaube, mein Vertrauen an etwas, an eine Person, an irgendeinen Stoff, an eine Landschaft, in der Natur, an ein Tier. Tiere haben Placebo-Effekte. Ich will dir gefallen, natürlich will dir dein Hund gefallen. Dein Hund liebt dich, so wie du hoffentlich dein Hund auch liebst. Insofern hat, ich will dir gefallen, etwas mit Liebe zu tun. Das könnten wir jetzt wieder ausbreiten und sagen, natürlich funktioniert alles im Leben aus Liebe. Ich will dir gefallen und deswegen gefällst du mir auch. Wir könnten es auch wechselseitig nehmen und sagen, es hat auf jeden Fall einen Effekt. Ich will mit all dem sagen, dass wir tatsächlich allem Möglichen diesen Placebo-Effekt entlocken können und sagen können, es wird auf jeden Fall eine Wirkung haben. Einfach nur durch das Prozedere. Durch das Prozedere, den Anlass, die Umstände dieser Assoziationen, die vorhanden sind, die Personen, die beteiligt sind, die dazu führen, dass ich bereit bin, tatsächlich etwas zu nehmen, etwas zu tun, etwas einzunehmen, was mir zugute kommt. Wenn das also in der Nacht stattgefunden hat, an diesem Feuer, mit diesem Ritual und ich habe diesen Stoff dann getrunken und wenn man es chemisch dann betrachtet, würde man sagen, mein Gott, es war ein bisschen Alkohol drin, relativ harmlos und vielleicht ein Auszug aus der und jener Pflanze, die eigentlich keinen giftigen Charakter hat oder vielleicht sogar auch einen kleinen giftigen Charakter hat. Und das hast du genommen und es war eine Gemeinschaft und alle haben es sehr gerne genommen und du hast diesen Menschen vertraut und dachtest, mein Gott, da sind auch kritische Menschen dabei. Vielleicht bin ich ja unkritisch und dann hättest du es alleine eher nicht getan, aber dieser Anlass der Gemeinschaft hat es eben getan, dass du das eingenommen hast und dadurch hast du dich einfach super gefühlt danach. Jetzt nicht im Sinne einer Halluzination und eines Drogenmissbrauches, sondern im Sinne deines Ausgleiches, den du ja immer wieder im Leben brauchst. Immer wieder brauchen wir einen Ausgleich. Und insofern war das dann wirkungsvoll und der Anlass hat sich gelohnt und letztendlich war es dann vielleicht nur ein Placebo-Effekt. Der dir aber wieder den Kick gegeben hat, dein Leben auf die Reihe zu bringen. Du hast wieder etwas Besonderes erlebt, etwas, wie gesagt, Gemeinschaftliches und all das. Und dadurch geht das wieder weiter. Also was würden wir machen im Leben, wenn wir diese Placebo-Effekte nicht immer wieder hätten, wenn sie nicht immer wieder da wären, wenn wir nicht immer wieder bereit wären, uns auf etwas einzulassen. Und insofern muss es ja nicht immer der Stoff sein, der super wirksam ist oder die Impfung oder was auch immer, sondern es reicht auch in vielen Fällen ein Placebo-Effekt. Und damit kann man manchmal mehr erreichen als jetzt mit einem Wirkmittel, das natürlich dann fulminante Nebenwirkungen und Zeiteffekte hat. Und all diese Geschichten, die auch sehr problematisch werden können, mal abgesehen von Suchtgefahren und von Vergiftungsgefahren und all dem. Ich will dir gefallen.